Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge, man anschartet 2. Lass mich in Ruhe. Ich bin fast, ich bin fast tot. Ich bin noch nicht tot. Äh, ja. Ja. Komm, 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 komm. Meine Güte. Gut. Sully, hilf mir. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Tja, wenn sie uns kriegen, bricht den Lazarewitsch für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fang ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du griffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt, komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Juhu! Oh, scheiße! Mist. Du hattest recht, Lazarewitsch ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillias haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Hörern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer schießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Tempel zu finden. Nate? Hallo? Ja, ich bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wäre ich? Jemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Äh, ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist uns etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe hier Besuch. Na toll. Kannst du sie auch sehen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nee, alles in Ordnung? Ging schon besser. Mist. Oh, nein. Oh, shit. Ja, ja, ich... Komm schon. Was? Oh, Mann. Eine geile Begrüßung. Ah, ich habe noch Munition. Wuh! Geile Begrüßung. Auf jeden Fall. Sehr geil. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Such den! Mist. Oh, shit. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Schießt auf die Reise! So, die Watt war, Hante! Oh, Gott. Bring sie raus! Komm schon. Ah, Mann. Haltet ihn im Auge! Danke, Leute. Für die nette Unterstützung. Er lebt noch. Sehr schön. Okay. Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Und Munition. Äh, sammeln. Oh, Knatter. Ja. Mir auch. Mir auch, Nösen. So. Haben die da drüben auch? Munition. Uh! Eine neue. Sehr geil. Gleich mal ausprobieren. Oh, mit einem Zielfernrohr. Mal schauen, ob das etwas bringt. Gut. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das da nicht weitergeht. Okay. Das brauche ich nicht. Wo geht es da lang? Ähm. Da. Ja. Ja, ja. Ah, danke schön. Und hoch mit uns. Komm, komm. Oh, das, das bricht sicher. Ah, nicht mal. Okay. Sehr ein Wunder. Okay. Da er da noch gelebt hat, ist sicher tot. Nicht brechen. Nicht brechen. Kann ich da weiter? Nein. Hm, da. Uh! Und? Ah. Es bricht. Was für ein Wunder. Uh. Geiles Scheißklo. Toll eingeparkt. Hm. Auf jeden Fall. Kann ich da hoch? Ja. Sorry. Sorry. Für die Bücherwürmer. Würmer. Shit. Komm. Komm. Und bitte. Jetzt. Dankeschön. Und hoch. Danke. Meine Fresse. Heute. Oh. Oh nein. Guck, guck, guck. Na. Oh. Da hat die Waffe fast hinuntergefallen. Nicht brechen. Alles bricht. Oh. Wird. Run die Straßen. Na, du schießt nicht. Das war so nicht geplant. Aber so geht es natürlich auch. Puh. Uh. Knarre. Ach, da geht es nicht weiter. Oh shit. Muss ich da jetzt fighten? Gut möglich, ja. Gut möglich. Naja. Ich gehe fighten. Wieso nicht? So. Hm? Ah, jetzt. Jetzt. Guck, guck. Hm. Da macht. Geilen Scham. Die Waffe. Da. Noch nicht. Noch geht es mir ganz gut. Oh. Kommt einer mit dem Schild da auch noch. Wie soll ich denn? Oh shit. Keine Ahnung. Habe ich. Nein. Jetzt bewegt es sich. Aber es ging. Kann ich das Schild da nicht aufklauen? Ja. Geil. Sehr geil. Das gefällt mir. Und die Leichen fliegen wieder herum. So. Und jetzt hier die Munition sammeln. Geil. Nein. Nein. Shit. Oh nein. Wo ist das Schild? So. Ich habe keine Chance. Ich habe aber keine Raketenwaffe geschossen. Ah. Dankeschön. Na ja. Weil er es einfach wert ist. Oh. Hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur dich zu sehen. Ja. Hallo. Und das ist also der Schlüssel? Ja genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah. Ich habe keinen blassen Schimmer. Leider. Aber ohne das Ding kommt Lazariewicz nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also was machen wir jetzt? Nate. Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja. Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt Hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist eine gute Idee. Na dann komm. Ja. Nathan, du Bewerbsling. Immer an das eine Denken. Tz, 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 tz. Munition. Und Munition. Sehr gut. Ich bin überall voll. Jupp. Gut. Chloe, ich komm. Das bringt nichts. Sie ist verschlossen. Warte hier. Ich suche einen anderen Weg. Der Gentleman. Uh, 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 uh. Mein. Einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Also auf jeden Fall da hoch. Muss ich wahrscheinlich da rüber... Da. Oh? Ja. Und rüber. Nicht. Okay. Ja, ich sehe ja ein Wunder, dass nichts bricht. Oder fast nichts. So. Bap, bap, bap. Und rüber. Ja, ja, stelle nicht. Ein langer Weg. Uh. Oh, fu. Oh, fu. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Scheiße. So. Moment. Perfekt. So. Ich komm. Ich komm. Schätzchen. Ich komm. Oh, ich komm auch nicht. Jetzt. Bam. Bam. Zurück. Ja, jetzt. Jetzt spinne ich. Ich pass auf. Ja, jetzt ist das alles vorbei. Dankeschön. So. Granaten. Uh. Munition. Munition. Ich glaub, ich komm an die Leiter. Ja, ja, ja. Moment, Moment, Moment. Ich muss looten. So, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Und tschüss.